Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video über die Herstellung bzw. Weiterverarbeitung von unserem Wikipedia von bzw. über Shinobi Striker. Und ja, dieses Mal werde ich mich um die Kategorie die Räumlichkeiten kümmern. Dazu habe ich schon ein paar Screenshots angefertigt. Jetzt muss ich die nur noch ausschneiden, damit das auch besser zu der Seite passt. Weil sonst habe ich hier nervigen Hintergrund während der, äh, in diesen Bildern. Und, äh, ja. Deswegen mache ich mich erst mal an die Arbeit. Ich werde erstmal die Räume, äh, die, 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 die Umrandungen ausschneiden für das Wikipedia. Und zwar ist das jetzt eine Pixelarbeit. Das ist nicht gerade, gerade das, was ich am liebsten tue. Pixelarbeit. Äh, das ist hier. So. Da muss man Pixel genau das ausschneiden, damit das auch gut aussieht. So. Und das muss ich jetzt bei jedem einzelnen Bild machen. Und das ist sehr zeitaufwendig. So. Und dann haben wir hier wieder so ein nerviges Teil hier, das weg muss. Deswegen ziehe ich das einfach mal so rüber. Und schon ist es weg. So gut wie. Ich mache das hier noch. Zack. Und hier noch. Zack. Und weg ist es. So. Und dann machen wir das hier. Und dann das. Und dann das. Und dann haben wir es doch schon fertig, das Bild. Na, okay. Ich habe die Ecken vergessen. So. So. Jetzt sind die Ecken wenigstens transparent. Das ist echte Fummelarbeit. Aber da ich ja ein ruhiges Händchen bei sowas habe, passt das schon. Ich habe nur kein ruhiges Händchen, wenn ich zocke. Weil da muss ich hektischer sein wegen dem Kämpfen. Aber wenn es hier so in Pixelarbeit geht, habe ich ein ruhiges Händchen. So. Und jetzt nur noch hier die Ecke. Und das muss ich gleich noch bei jedem anderen Bild machen. Deswegen muss ich gleich ins Spiel gehen, um weitere Screenshots anzufertigen für das Wikipedia. Damit die Seite mit allen möglichen Informationen gefüttert ist. Hi, Senshi. Willkommen im Stream. So. Jetzt habe ich dieses Fenster für Taxierung auch fertig. Gut. Das Gasthaus habe ich auch schon fertig. Das sind eigentlich schöne Bilder. So. Jetzt gehe ich auf die Räumlichkeiten. Jetzt muss ich erst mal den Code haben. Die Tabelle haben. Dann gehe ich jetzt erst mal auf Karten. Nehmen wir dann die Lobby. So. Jetzt nehme ich mir den Code hier einfach. So. Jetzt gehe ich auf die Räumlichkeiten. Eben herstellen. Hi. So. Jetzt gebe ich das hier ein. Gebe ich jetzt hier die Räumlichkeiten ein. Räumlichkeiten. So. Dann kann ich das hier entfernen. Und das hier auch entfernen. Karten. Nein. Dann nehme ich das einfach in die Räume. Die Räume. So. Dann haben wir hier zum Beispiel. Als Dateiname wäre das dann die... Ich nenne es einfach mal Taxierung. Sonst wird der Dateiname einfach zu lang. Und hier haben wir... Was habe ich jetzt hier gemacht? Nein, das muss ich noch machen. War das das Gasthaus? Diese App hier ist einfach furchtbar. Wo ist denn meine schöne Fotoanzeige? Da. Da. Das ist das Gasthaus. Gut. Dann nenne ich das... Gasthaus. So. So. Speichern. Jetzt gehe ich in mein Webspace. So. Einmal einloggen. So. Und jetzt gehe ich auf Wikipedia. Shinobi Striker. So. Und dann räume. So. Dann lade ich jetzt Taxierung... Nenne ich das in Taxierung. Punkt PNG. Jetzt lade ich das so hoch. Und das Gasthaus... Das muss... Das ist das komische. Obwohl beides PNG ist... Nimmt die Datei nur das an, wenn ich das in Klein-PNG habe. Wenn ich denn nicht die Datei hier Klein-PNG nenne... Und die Datei selbst hat ein großes PNG als Endung. Und hier in der Wikipedia steht das in Klein. Dann findet er die Datei nicht. Obwohl beides PNG ist. Ich finde das einfach nur merkwürdig. So. Gasthaus. So. Und jetzt. Tada. Die Bilder sind da. Nice. Cool. Coole Sache. Sieht doch eigentlich ganz geil aus. Ja, ja. So. Da haben wir die Räumlichkeiten. Taxierung. Habe ich schon fertig. Das heißt, das Bild kann weg. Gasthaus habe ich auch fertig. Kann auch schon mal weg. Nehmen wir zu. Bibliothek. So. Und ziehe ich die anderen Dinger auch mal alle hier rein. Das heißt, die туpe ist. Das war's. 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 Ah, shit, wait. So, sorry, Google Translator. Ah, ha, 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 ha. So, ha, 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 ha So. Wie immer sind diese komischen Dinger da drin? So. Na, komisch, nach links geht es wiederum nicht. Warum geht es denn hier nach links? Es geht auch nicht nach rechts. Warum? Das verstehe ich nicht. Manchmal geht es, manchmal nicht. Jetzt geht es wieder. Das ist typisch. So, dann habe ich das auch. Jetzt muss ich wieder hier die Ecke machen. So. Die Ecke ausschneiden. Mal weg damit. Also, wenn ihr auch Ideen habt, was in dieses Wiki noch rein kann, dann schreibt es einfach in den Live-Chat oder in die Kommentare. Dann füge ich das auch noch ein. Dann werde ich im Internet mich daran schlau machen, wo ich sowas dann finden kann und werde das dann eintragen oder werde das dann noch nachträglich hinzufügen. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es einfach in den Chat oder in die Kommentare. So, dann haben wir die Ecke auch schon mal weg. Da unten, das muss auch noch weg. Ach ja. So, dann machen wir die Ecke auch schon mal weg damit. Das einmal weg. Und das auch weg. Wunderbar. So, markieren wir das. Dann machen wir das und das. Es steht hier oben noch die Ecke. Hundertprozent. So. Okay, dann habe ich das jetzt auch, das Hokage-Anwesen als Fenster. Super, jetzt kann das auch rein. Wo war das jetzt? Hokage-Anwesen. Hokage-Anwesen da. Dann mache ich jetzt einfach das Anwesen. So. So. Okay. Okidoki, so. Das heißt, die Bilder habe ich schon mal drin. Aber es wäre gut, wenn ich die kleiner mache, dass man ein bisschen mehr, ein bisschen mehr sieht, das heißt, ich muss das nochmal runterladen aus dem Webspace und dann nochmal hochladen. Hi, Creepypasta Girl. Hi. Was geht? Einfach mal die Hälfte kleiner. Was war das jetzt? Machen wir einmal 1100, 390. Das speichern wir ab. Ich mache gerade nur das Wikipedia. So, 50%. Jetzt haben wir jetzt kleiner. Gut. Also, 550 mal 195. Okay. So, Taxierung. War da 550 mal 195. Ja, passt. Gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt kann ich die Sachen wieder hochladen. Einmal alles ersetzen. Jetzt sind die Bilder kleiner geworden. Jo, das sieht doch mal gut aus. So. Wo war ich jetzt? Als Anwesen. Genau. 550 mal 195. Das war ja das. 550 mal 195. Genau. So, dann kann ich das auch hochladen. Das kann ich mal. Und was hast du heute so gemacht? Anwesen. Flupp. So. Dann kann ich das hier auch das machen. Zack. So. So. Anwesen. Also, ich habe jetzt gerade das Spiel laufen im Hintergrund und werde dann ein paar neue Screenshots anfertigen. Damit das Wiki ein bisschen aufgefüllter ist. Also, wer Bock hat, kann mir auch gerne helfen. VR-Meister. Warum muss das eigentlich immer mit großen PNG sein? Das nervt. So. PNG. Ninja zur Bibliothek. PNG. PNG. Genau. Ach, Quatsch. Ich meine, du hast das Spiel sowieso wahrscheinlich gar nicht, also könntest du sowieso nicht helfen. Aber vielleicht kannst du ja nach Fehlern oder sowas suchen. Oder wenn doch was auf Englisch ist oder irgendwie sowas halt. Wäre gut, wenn ich nicht der Einzige bin, der hier das macht. Weil das mache ich ja für alle. Ist halt eben wieder so ein Hobbyprojekt. VR-Meister 2. Ninja zu Arena. Ja, die sind alle jetzt wieder ein kleines PNG, ne? So. VR-Meister 2. Da mache ich das doch auch besser so. VR-Meister 2. Dann Ninja zu Arena. Oder Bibliothek, eher gesagt. Ninja zu Arena. VR-Missionen. VR-Missionen 2. So. Schnelles Spiel. Oh. VR-Missionen 3. Okay, dann so. So. Jetzt aber schnelles Spiel. So. Dann haben wir hier das Gleiche nochmal. Und dann nochmal. Oh Gott, das ist so eine Pixelarbeit. Oh Gott, das ist so eine Pixelarbeit. Linie, Werkzeugladen habe ich. Und Kampfausrüstung wechseln. Kampfausrüstung. Ey, lass das. So. Jetzt habe ich die ganzen Links von den Bildern schon mal drin. Jetzt muss ich es nur noch bearbeiten und hochladen und dann sind die Bilder automatisch drin. Fangen wir jetzt erstmal mit VR-Meister an. Die anderen kann ich auch schon mal reinziehen. Die anderen kann ich auch schon mal alle reinziehen. So. VR-Meister, VR-Meisterin. Naruto Edit, wie meinst du das jetzt? Was willst du denn da editieren? Ein Video, ein Livestream oder was willst du, was meinst du jetzt mit editieren? Ah, okay. Ich finde TikTok irgendwie doof. Aber egal. Ich mag solche Programme wie Instagram und Snapchat und TikTok. Ich mag solche Scheiße einfach nicht. Das ist für mich absoluter Müll. Weil alle darauf abfahren und weil alles benutzen, darum mag ich es nicht. Weil das einfach nichts für mich ist. Ich sehe einfach den Sinn dahinter nicht. Es ist einfach nur reine Zeitverschwendung. Man macht sich eh zum Deppen damit. Ich verstehe nicht. Aber es ist genauso wie damals, als es für meinen Landkreis so eine Art Facebook gibt. Das hieß früher Morphax. Und das ist sowas ähnliches wie Facebook gewesen. Aber als Facebook kam, ging die Seite Morphax offline. Weil Facebook halt eben dann kam. Und da haben auch so viele Leute den Status für unnötige, für sinnloses Zeug verschwendet. Zum Beispiel Status haben die geschrieben, ich gehe mit meinem Hund Gassi. Oder ich bin gerade einkaufen. Oder haben geschrieben, Schatz, ich liebe dich, haben sie als Status stehen. Oder ich liege gerade im Bett und gucke Fernsehen, haben sie als Status stehen. Und ich meine, wer interessiert sich denn dafür, wenn man sowas schreibt? Ich meine, jemand hat auf seinem Status stehen. Ich sitze gerade auf dem Klo. Ich bin gleich wieder da. Warum schreibt man sowas in seinen Status? Deswegen halte ich von solchen Programmen nichts. Ja, YouTube benutzen auch alle. Aber YouTube ist kein Instagram und YouTube ist kein Snapchat. Und YouTube kann ich wenigstens auf dem PC benutzen. Instagram, Snapchat und TikTok kann ich nicht auf dem PC benutzen. Weil das sind ja alles nur Android-Apps und so. Und ja, so richtig viel machen kann man mit diesem Programm auch nichts. Und außerdem, selbst Videos auf Instagram hochladen. Ja toll, was soll ich denn mit einem Video, das nur eine Minute lang sein darf? Ich wollte extra, ich habe auch auf meinem Instagram-Kanal oder Account ein Video machen wollen über meinen YouTube-Kanal. Und das Video durfte nur maximal 60 Sekunden lang sein. Und dabei ist mein Video eigentlich generell drei Minuten lang oder vier Minuten lang. Und ich musste das auf eine Minute kürzen. Und das Video sah deswegen so scheiße aus. Weil das einfach gekürzt ist. Ich mag solche Dinge einfach nicht, wo man Videos nur hochladen darf, die maximal eine Minute lang sind. Weil da kann man ja gar nichts mit machen. Also, gute Videos sind immer länger als eine Minute. Aber mit einem, was soll man denn auf einem Video alles zeigen oder sagen, dass nur maximal 60 Sekunden lang sein darf? Da passt ja gar nichts drauf. Beziehungsweise passt ja gar nichts rein in so ein Video. Das ist für mich, das ist für mich totaler Mist, so was. Bilder hochladen, ja schön und gut. Aber bei Videos, da hört der Spaß auf. Also, wenn man so ein vierminütiges Video gedreht hat und man will das hochladen, dann kann es nicht hochgeladen werden, weil es drei Minuten zu lang ist. Es ist so zu kotzen. Und außerdem ist Instagram, bin ich zwar drauf, aber ich nutze es so gut wie nie, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe und auch nicht wüsste, was soll ich auf dieses Instagram, auf meinen Instagram-Account so hochladen. Ich meine, ich werde da jetzt nicht hier Fotos von mir machen, wie ich jetzt irgendwie durch die Stadt laufe oder im Döner esse oder irgendwie sowas. Also, das ist mein, weil so einer bin ich gar nicht. Ich esse keine Döner und ich bin auch nicht gerade fotogen. Also, wenn ich was hochladen würde auf meinen Instagram, dann sind das wahrscheinlich nur Bilder von meinem Spielcharakter oder weitere Videos, die nur eine Minute lang sind. Aber solche Videos wie zum Beispiel jetzt Frauen im Bikini, obwohl ich keine Frau bin, aber du weißt ja, was ich meine, oder einfach solche stinknormalen Bilder, die jeder andere auch auf seinen Kanal hat. So was würde ich nie machen, weil so was ist überhaupt nicht meine Art. Viele Frauen laden ja Bikini-Bilder hoch und zeigen neue Tattoos und so was. Also, das passt nicht zu mir. Das wäre überhaupt nicht ich, wenn ich so was machen würde. Deswegen habe ich einfach keinen Inhalt, den ich auf meinen Instagram-Account hochladen könnte. Ich habe einfach keine Bilder, keine Videos und ich wüsste nicht, was soll ich da hochladen, weil ich habe so was, weil ich so was kaum nutze. Ich habe einfach nur erstellt, und ich habe einfach mir Instagram erstellt, nur um es überhaupt zu haben, aber so richtig nutzen tue ich es nicht, weil ich einfach den, weil ich keinen Nutzen dafür habe. So, VR-Meister, den muss ich ja auch noch hier machen. Oh Gott, das ist so pixelig hier, die ganze Arbeit hier. Weil ich den Hintergrund nicht dabei haben will. Ich will nur das Fenster haben und nicht den Hintergrund. So, da ist schon wieder dieses komische Schleifensymbol. Das muss ich gleich wieder rausschneiden. Okay, da, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein rotes X oder irgendwie so eine Schleife oder... Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es muss weg. So, jetzt ist es weg. Okay, Naruto. So, dann mal hier die Seite noch rausschneiden. Und jetzt hier oben noch das rausschneiden. Thank you. So, und jetzt noch die Ecken. Das ist so doof, ne? Ich will die Ecken markieren, aber dann habe ich das ganze Bild markiert. Obwohl er eigentlich ja nur die Farbe markieren soll. So, jetzt muss ich das jetzt wieder hier rausschneiden. rausschneiden hier. So, 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 so. Einmal die Ecken hier. Flutsch weg. Jetzt hier unten noch. Das ist so eine Fummelarbeit. So, jetzt hier noch das weg. Und hier. Da, 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 da. Jeder Pixel, jeder einzelne Pixel wegradieren. Oh Gott, wenn man sowas in der Schule machen würde, auf einem echten Papier. Oh, 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 oh. Da sitzt man stundenlang dran. Ja, so. Das muss auch weg. So, jetzt haben wir hier hoch, hier auch nochmal weg. So, und 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 so, wisch, 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 mit C war wisch und weg, ist alles weg. Okay, jetzt habe ich die Ecke auch. So, und jetzt umkehren, Größe ändern, 515, 195, speichern. So, jetzt habe ich VR-Meister, das kann jetzt hochgeladen werden. Äh, was habe ich hier noch gehabt? VR-Meisterin, dieses eine Bild. Ich glaube, das war das hier. Ja, VR-Meister2 kann auch jetzt hochgeladen werden. Das heißt, das kann ich schließen, das kann ich schließen. So, das kann ich löschen, das kann ich auch löschen. Was habe ich hier noch, irgendwie was klein? Ah ja, hier war ich dabei. So, haben wir jetzt weitere Bilder. Ja, perfekt. Woo. So. Okay. Nice. Aber ich kann ja am besten zwei Gruppen machen. So, jetzt habe ich zwei Reihen nebeneinander. Ja, das sieht sogar noch besser aus. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, hat man wenigstens alles im Überblick, ne? So, äh... So, äh... So, das muss weg. Ne, die Reihen muss auch noch weg. Weil da was Grünes dabei ist. Hallo. Oh, ne, hallo. So. Das muss dann auch noch weg. Schön, dass du mal wieder, schön, dass du mal wieder da bist. So. Und jetzt habe ich das Ding auch. So. Das muss auch weg. Wie geht's dir so? So. Und... So. Und... So. 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 Dann haben wir die Ecken hier wegschneiden. Jetzt gehen wir einmal auf die Seite. Da ist schon wieder so ein Teil in der Mitte. Ich glaube das nicht. Wo kommt das immer her? So. Und dann das hier noch. Das, 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 das. Und flupp weg. So. So. Ah, da ist noch eine grüne. Ah, da fehlt noch ein grünes Ding. Da ist noch was Grünes. Das muss ich gleich wegschneiden. Verdammt. Da habe ich was übersehen. Das muss weg. Na, 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 na ok ok die ecke ist fertig da du nervst du da unten das rote ding daten nervt weg damit jetzt muss ich noch mal das markieren hier und dann das hier dann so und dann jetzt auf die größe 900 deshalb vergessen 950 mal hab's vergessen 195 war das doch oder das war's auf keinen fall ich kann es auch so das waren 550 mal 195 550 mal 195 das sah gerade ein bisschen sehr breit gezogen zu arena wo habe ich dich da habe ich dich so lade ich dich auch mal hoch hier neu laden und das auch bis es aktualisiert wird den jutsu arena png in jutsu arena png ja das dauert noch ein bisschen aber der linke ist doch richtig ne räume nennen jutsu arena arena png ja der link ist richtig das heißt das bild müsste gleich eigentlich da sein jutsu arena png png ja da ist es ja das dauert immer ein bisschen ne weile aber das bild ist da so jetzt brauchen wir vr mission wo haben wir das das ist ja schon offen ja das ist ja schon offen ja so schnell kann das gehen so und dann hier noch mal hier so hier und dann hier wieder ist es jetzt will er nicht wieder zur seite scrollen das ist typisch warum will er denn nie zur seite scrollen manchmal macht es manchmal nicht kapierst einfach nicht so jetzt wieder das macht umgucken umkehren so jetzt kommt wieder der ratzelfummel ich frage mich echt wie man auf so namen kommt ratzelfummel weil man es ja wegradieren muss und fummeln ja war man wahrscheinlich damit nur am rumfummeln ist die bleistift linie weg zu radieren wahrscheinlich heißt es deswegen ratzelfummel ich finde ich finde es einfach lustig wieder wieder den ratzelfummel heißt hast du mal einen ratzelfummel für mich oder ein bleistift ein kaustock gibt es eigentlich noch dieses esspapier was man also als ich ein kleines kind war konnte man in so einer eisdiele oder so ein kaffee kaffee kiosk da also wo man so ein brötchen kaufen kann auch einen kaffee trinken kann konnte man damals immer esspapier essen gibt es das überhaupt noch esspapier kann man das überhaupt noch irgendwo kaufen esspapier das war ja so 2000er jahre oder esspapier und chupa chups cola und sowas wo man wo als es noch hier pokémon karten zu kaufen gab und yu-gi-oh karten zu kaufen gab bei so einem kleinen händler im kiosk ach das waren noch zeiten 500 50 mal 195 so vr mission ist dann damit auch fertig das ist dann hier erscheint das dann jetzt wollen wir vr meister vr mission habe ich ach das ist vr mission 2 lesen ich muss lesen lernen das ist ja vr mission 2 weil das ein zweites fenster ist weil ich kann ich kann die datei ja nicht weit kann wenn ich beide bilder gleichen dateinamen haben so okay okay okidoki dann habe ich das auch erledigt ein bisschen sonst noch irgendwas was ich wegschneiden kann nein so und so und jetzt nur noch die ecken mal okay okay und we Und, so, dann habe ich die Ecke auch schon mal, speichern, ja, auf die Größe von, ne, 550 x 195, so, was kommt dann jetzt, VR Meister 1, wollen wir das, äh, wieso habe ich keinen VR Meister 1, VR Meister, kein VR Meister 1, ach, dann ist das praktisch VR Meister 1, so, so, dann ist das einfach zu viel, so, Ningyu zu Bibliothek, genau, dich brauche ich, okay, Okay, Soopee, So, na, komm schon, scroll schneller, ich will auch mal fertig werden hier, Warum, warum machst du es jetzt nicht? Hallo? So, scroll zur Seite, verdammt, ey, der scroll, wieso, warum? Das scrollt einfach nicht zur Seite, gerade eben hat das gemacht, jetzt macht das nicht, verstehe ich nicht, jetzt macht das wieder, was soll das? Warum macht das denn jetzt wieder und gerade nicht? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich... dieses Gesinnchen, ne? So. Du weg! Weg mit dir! Und tschüss. So. Dann haben wir das auch. Gleich fertig. Machen wir die Ecken hier schön wegradieren. Und hier auch. So. Schön weg damit. So. Und dann hier oben auch nochmal. Perfekt. Nein. Ich wollte das. Jetzt einmal umkehren. Zuschneiden. Speichern. 550 mal 195. So. Das können wir auch schon mal hochladen. Jetzt kommen wir zur Bibliothek. Warum wirkt das eine eigentlich? 550 mal 195. 550 mal 195. Das wirkt immer so, als wäre das größer als das da. 550 mal 195. Linie zur Arena. 515 mal 195. Ja. Die sind alle gleich groß. Aber irgendwie wird dieses Ding trotzdem schmaler als das hier. Wahrscheinlich wegen dem Text und dem Bild. So. VR-Mission. Dann heißt es. Ninja zu kann ich löschen. Ninja zu Arena kann ich auch löschen. VR-Mission kann ich löschen. VR-Mission 2. Das brauche ich. Werkzeugladen. VR-Mission. Dann mache ich jetzt mal. So. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. So. Nach diesen 4 Bildern werde ich dann Halo 3 ODSC spielen. Zusammen mit meiner Freundin. Wäre schön, wenn ihr dann dabei seid und zuschaut und ein Like da lassen würdet. Und dann sehen wir uns dann gleich nach diesen 4 Bildern in Halo 3 ODSC. Mal gucken, wie meine Freundin sich so macht. Hehe. Weil sie hat nur einmal Halo gespielt. Um, ja. So. können습니다. Sondern. Tsolt vor. pioneering möchte mit dem, So, dann haben wir gleich die Ecke auch schon mal weg, und diese Ecke dann auch hier unten. Dann diese Ecke auch. Oh! Komm schon, 100% brauche ich. So, gut. Okay, das Fenster habe ich dann auch schon mal fertig. Größte ändern auf 550. 550 x 195. Speichern. Und dann muss ich das hochladen. Was war das jetzt? Ninja-Werkzeugladen war das, ne? So, Ninja-Werkzeugladen. Einmal hochladen. Und da haben wir auch das Fenster schon drinne vom Ninja-Werkzeugladen. Und jetzt fehlen nur noch 1, 1, 2, 3, 4 Fenster. Vor Air Mission 2 brauche ich. Kampfausrüstung wechseln brauche ich. Vor Air Mission 3 brauche ich. Schnelles Spiel, Werkzeugladen kann ich dann jetzt löschen. So. Gut. Jetzt habe ich nur noch 3 Fenster, die ich machen muss. Und dann bin ich auch erstmal mit der Seite fertig. Und dann muss ich dann in den nächsten Tagen dann Ninja-Weltliga spielen. Damit ich noch die nächsten Icons screenshotten kann. Und auch die Punktzahl aufschreiben kann. Dann weiß man immer, ab wieviel Punkten man den nächsten Rang erreicht. Auch wenn das im Spiel auch drin steht. Aber im Spiel steht nur drin, wieviel Punkte man für den nächsten Rang braucht. Und wieviel Punkte man zur Zeit hat. Aber es steht nicht drin, wieviel du praktisch von D5 bis S1 brauchst. Also alle Punktzahlen. Es steht nur die Punktzahl drin, die man braucht, wieviel man für den nächsten Rang braucht. Aber nicht wieviel man für den übernächsten und übernächsten und übernächsten braucht. Und da soll ja meine Seite dann ein bisschen Abhilfe schaffen, indem man sich das dann alles nachgucken kann. Also eine komplette Tabelle. Mit eurer Hilfe kriegen wir die Tabelle schneller gefüllt. So. Zack, 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 zack und weg. So. Und jetzt geht's weg. Das machen wir auch weg. Jetzt haben wir hier wieder die Ecke. Nepp, und zack. So. Tsch. 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 Die Ecke ist dann auch schon mal weg. Und da haben wir wieder diese Dinger hier, die mich immer so nerven. So. Dann haben wir das auch schon mal. Fenster umkehren. Speichern. Speichern, ja, Größe ändern, 550 bis 195, speichern, VR Vision 3, ist auch schon mal fertig, zack, hochladen, löschen, aktualisieren, und da ist es schon mal drüben, jetzt brauche ich nur noch diese drei. Jo, Aiden, was geht, VR Vision 2 habe ich auch schon fertig, das ging ja schon mal schnell. Dann müsste das Bild ja jetzt auch hier kommen, ja, da ist es, das heißt, ich habe nur noch zwei Bilder, was ich machen muss, nice, dann ist die Seite auch schon mal fertig, nämlich die Seite Räumlichkeiten. Sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. So, Kampfausrüstung. So. Aiden, kannst du dir eigentlich auch ein Spiel holen, also ein 360 Spiel oder so. Oh, ich glaube, ich muss Kampfausrüstung nochmal neu screenshotten, weil da hier unten habe ich irgendwas abgeschnitten. Alles klar, Kampfausrüstung muss ich nochmal neu machen. Halo 3 ODST kann man sich für die Xbox runterladen, weil das wäre echt nice, weil meine Freundin und ich brauchen noch einen dritten Spieler, weil wir wollen die eine Challenge machen, aber dafür brauchen wir vier Spieler, aber wenn wir schon mal mit dir zu dritt wären, das würde uns schon mal sehr weit helfen, dann kannst du mit uns zusammen auf legendär und heldenhaft und so spielen, falls du Bock hast, mit uns zu spielen. Weil das würde ich auch als Livestream spielen, weil wir wollen, also wir beide wollen, sie und ich wollen jedenfalls gleich anfangen und du kannst ja, wenn du Bock hast, dann nachkommen, sobald du kannst oder wenn du Bock dazu hast. Weil Halo 3 ODST für die Master Chief Collection auf der Xbox gibt es, glaube ich, noch nicht, also zumindest das Feuergefecht noch nicht. Würdest du es denn spielen, wenn du es, wenn du es zum Beispiel auch geschenkt bekommen würdest oder sowas oder würdest du es dir lieber selbst kaufen? Ich meine, jetzt selbst, sagen wir mal, wenn du es bekommen würdest, würdest du das dann heute spielen können oder runterladen können oder hättest du noch nicht die Zeit dazu? Okay, das ist auch gar nicht so toll. Ich glaube, das sind so 10, 15 Euro oder irgendwie sowas waren das, glaube ich. Ich kann ja gleich nochmal gucken. Aber es macht richtig Bock. Besonders der Feuergefecht macht richtig Laune. Kannst du ja dann gleich sehen, wie wir, wenn meine Freunde und ich spielen, dann kannst du ja dich, kannst du es dir ja dann überlegen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du mit von der Partie wärst. Weil meine Freundin ist immer noch am Runterladen von Shinobi Striker und deswegen wird das sowieso bei mir dauern, bis ich wieder Shinobi Striker richtig spiele. Weil wenn ich mich einlocke, dann nur um ein paar Screenshots für die Wikipedia-Seite zu machen. Ja, Halo 3 OSD, die 360er Version. Ich kann ja mal eben gucken. Ich habe das ja hier praktisch ja schon hier laufen. Hi Pikachu. Suchbegriff. Ja. Halo 3 OSD. Da. Alle Anzeigen. Ich zeige euch alle an. Alle Anzeigen. Ich finde ich nicht zuvor zuerst Anzeige. Spongebob. Äh, 15 Euro kostet das. Kampagnen Edition. Willkommen zurück, Pikachu. So, das habe ich auch fertig. Das heißt, das andere Bild mache ich dann später. Fertig. Weil jetzt habe ich keinen Bock, das nochmal zu screenshotten. Die Ecke mache ich noch. Dann lade ich das hoch. Und das letzte Bild kommt dann später. So. Hey, von solchen, von diesen ganzen Kästchen hier wird einem schwindelig von. Weil man denkt immer, da ist irgendwo noch so ein ganz, ganz dünner Hauch von so einem Pixel. Und dabei ist da gar nichts. Weil irgendwann bildet man sich ein, hier irgendwo ist noch so ein ganz, ganz dünner Pixel, so wie der hier. Nur ganz, ganz hauchdünn, dass man den gar nicht sieht. Und wenn man dann solche Kästchen hat, dann sieht man gar nicht, oh, da ist ja sogar noch so ein Pixel übrig. Oh Gott, da wird mir immer so schwindelig von. Weil man es nicht so gut erkennt, dass da irgendwo hier noch so ein Pixel ist. Weil man die ganze Zeit da drauf startet. So. Das habe ich auch schon mal. Schnelles Spiel ist auch schon mal fertig. 550195. Speichern. Schließen. Hochladen. Und jetzt ist dann hier das Ding auch gleich drin. Da ist gleich das Bild drin. Dauert noch, bis das übernommen wurde. Manchmal wird es sofort übernommen und manchmal nicht. Ah, jetzt sehe ich. In der Datei selbst ist der die Lücke drin. So, jetzt aber. So, jetzt ist es drin. Ja, es ist kein Problem. Wir können es dir beibringen. Das ist absolut kein Problem. Meine Freundin hat Halo 3 ODST auch noch nie gespielt. Sie hat einmal die Anniversary-Version von Halo 1 gespielt. Aber das hat so geleckt und so geruckelt, dass wir damit bleiben lassen. Aber ich sag's, das Spiel wird dir bestimmt gefallen. Das Spiel wird dir auf jeden Fall bestimmt gefallen. Aber wie findest du denn das Wikipedia so bis jetzt? Weil ich sitze schon fast knapp drei, vier Tage dran. Ein Bild fehlt mir noch, aber das mache ich später. Aber jedenfalls haben wir schon mal hier die Räumlichkeiten. Da haben wir schon mal alles drin. Ähm, die Tipps, die habe ich auch schon fast alle. Die sind ein bisschen komisch von der Länge her, weil die alle unterschiedlich lang sind. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen so aus. Aber was soll ich machen? Ich kann die Bilder nicht alle gleich ziehen, weil dann ist es zu schmal, zu breit gezogen. Wenn ich die jetzt alle auf dieselbe Größe ziehe und auch auf dieselbe Länge ziehe, dann sieht das einfach scheiße aus. Deswegen muss ich das jetzt so machen. Aber vielleicht kann ich das ja als Center machen. Dann sieht das wenigstens nicht so kacke aus. Ich muss ich nur eben gucken, wo ich den Befehl habe. Ah ja, hier oben habe ich den Befehl. Jetzt kann ich das einfach hier so machen. Zack. Speichern. Und dann haben wir es schön alles zentriert. Okay, fast alles. Ich muss nur das machen und das machen und das machen und das und das. Hoppala. Und das und das. Und jetzt ist es alles schön. Ja, gut. Die Tabelle ist jetzt... Ja, ja. Es ist zwar hier alles jetzt... Die Bilder sind alle zentriert, aber trotzdem ist es nicht so in der Mitte so. Die Tabelle ist immer noch linksbündig, aber alles andere... Der Inhalt der Tabelle ist zentriert, aber die Tabelle selbst ist noch linksbündig. Das mache ich dann später noch. Und ja. Ninja Zues, die habe ich auch schon fast fertig. Die Beschreibung kommt auch noch für Nahkämpfer. Für Fernkämpfer bin ich noch... Werde ich dann auch demnächst machen. Für Verteidiger auch. Und für Heider auch. Aber Nahkämpfer ist schon so gut wie fertig. Ich meine, wie findest du hier so diese Übersicht? Also ich finde die ein bisschen übersichtlich. So kann man wenigstens hier alles erkennen. Beschreibung kommt hier noch. Also ich finde, das habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Dafür, dass ich das in zwei Tagen geschafft habe, finde ich eigentlich ganz gut. Ich kann eigentlich besser das Icon-Ding nach unten verpacken. Das ist eigentlich besser. Das sieht noch besser aus, wenn ich das nach unten ziehe. So, BR, Flupp. So, jetzt ist das Icon genau da drunter. Das sieht eigentlich viel geiler aus, wenn das da drunter ist. Ja, die Tipps, an die muss ich mich noch dran arbeiten. Die Bilder kriege ich, wie gesagt, nicht gleich breit oder gleich groß, weil die Texte einfach unterschiedlich sind, weil das nur gescreenshotted ist. Aber ich werde nur irgendwie versuchen, dass ich das irgendwie ein bisschen so mittig zentriere, weil dann sieht das nicht so schlimm aus. Oder ich schreibe mir die einfach ab und mache die Tipps dann selbst. Ich schreibe mir einfach das ab, was da steht. Ich tippe das einfach eins zu eins ab und packe das dann als Text rein, statt so als Bilder. Dann schreibe ich, öffne ich dann Word oder ich öffne einen Text-Editor und dann schreibe ich die Sachen selber so hin. Oder ich mache dann zum Beispiel selbst hier zum Beispiel. Jetzt hier steht zum Beispiel, Ninja-Zu-Tipp Nummer eins, Zeichen Ninja-Zu werden erst aktiv. Und dann mache ich das so, dass ich dann hier schreibe, Zeichen Ninja-Zus werden zuerst aktiv. So mache ich das dann einfach als Tipp. So sieht das dann ein bisschen besser aus. Ja, werde ich dann als nächstes da machen. Aber ich muss erst mal die ganzen Tipps sammeln, weil die kriege ich ja nur, wenn ich im Ladescreen bin. Wenn ein Match beginnt oder wenn eine VR-Mission beginnt oder wenn ich aus der Match zurück in die Lobby geportet werde. Nur dann kriege ich die Tipps eingeblendet und die muss ich natürlich dann abscreenshotten. Und ja, mit der Playstation ist das unmöglich, weil die Ladescreens laden so schnell, dass ich keine Zeit habe, das jetzt richtig zu screenshotten. Die Karten mache ich auch eben kurz korrekt. Hier Lobby, ja, das stimmt. Und Konoha Gakure Stadt, da kommt noch das Bild noch rein. Konoha Gakure Wald, da habe ich Lobby drin. Da mache ich hier Wald von Konoha Gakure. Konoha Gakure, so. Damit ich das auch noch eben kurz beheben kann. Eins ist dann hier die Karte, so die Übersichtskarte und zwei ist halt eben, wie die Karte so aussieht. Obwohl, so sieht der Wald gar nicht in der Serie aus. Aber naja, ist halt eben Shinomis Zweiker und nicht nur die Serie. So, das ist hier Ami Gakure und nicht, dass da über Lobby steht. So, Ami Gakure. Kumogakure, nicht Lobby. Kumo Gakure. Wie gesagt, die fehlenden Bilder kommen erst rein, wenn ich wieder am Shinobi Striker spielen bin. Egal, ob jetzt Singleplayer oder Multiplayer. Ich mache am besten erstmal Singleplayer, weil dann kann ich auch, weil wenn ich Multiplayer spiele, dann kann ich erst dann arbeiten, wenn ich aus dem Match raus bin. So, und wenn ich Singleplayer bin, dann kann ich das Match starten, eben das abfotografieren und dann die Mission abbrechen und dann die nächste starten. Das geht dann viel, viel schneller, als wenn ich Multiplayer das mache. Weil ich würde dann nur Multiplayer spielen, um die Karte zu screenshotten. Und wenn ich die Karte dann gescreenshottet bin, dann müsste ich praktisch das Match verlassen und dann wäre das doof. Deswegen mache ich das dann lieber als Singleplayer. Weil so werde ich dann nicht bestraft. Fürs Verlassen. So, Klassen habe ich auch hier schon mal, aber das ist noch leer. Events und Spielmodi. In der Weltliga, das fehlt noch. Rot-Weiß-Kampf fehlt noch. Welt-Konfrontation habe ich schon mal das Bild schon mal drin. Dann kann ich eigentlich daneben noch dieses Beschreibungsding reinpacken. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Helden-Festival fehlt noch. Und Überlebensmodus Training, das ist auch das. Ja, sieht das schon mal ganz gut aus. Schnelles Spiel. So, wo war das jetzt? Hier. Season Pass habe ich auch schon. Nicht verfügbare Inhalte. Einige sind noch verfügbar, aber die meisten nicht. Jedenfalls habe ich das dann auch schon mal hier so drin. So, ich bezeichne das dann einfach als Season Pass 0. Auch wenn es kein Season Pass ist, aber ich bezeichne das einfach mal so, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst bezeichnen soll. Hier haben wir den ersten Season Pass. Hier die Links bringen dich dann direkt zur Seite, wo du den kaufen kannst. Also auch alle anderen halt eben. Und hier hast du noch eine bessere Übersicht so, als in der MicroStore und Playstation Store habe ich jetzt das so als in diese Übersicht gepackt. Jetzt kann ich noch ein bisschen kleiner machen, die Lücke hier. Eins, zwei. Ehre. Ehre! So, wie findest du denn die Übersicht hier? Sieht die gut aus, wie das hier so aussieht? Du kannst dann hier z.B. Microsoft Store anklicken, dann wirst du zum MicroStore gebracht. Da. Oder hier. Weil die haben das hier so gemacht. Und ich mache das lieber so. So, dann haben wir dann hier haben wir dann den zweiten Season Pass. Kann ich auch eben kurz die Lücke noch ein bisschen kleiner machen. Eins, zwei. So, ist das näher dran. Und dann haben wir hier noch den dritten Season Pass. Im Playstation, komisch, im Playstation Store ist er nicht vorhanden. Im Steam Store ist es auch nichts vorhanden zu kaufen, so, ne? Aber hier im Microsoft Store gibt es die Seite hier. Und die ist dann, sagt er mir, dass es dann im dritten Season Pass erhältlich ist. Es ist, also Microsoft hat davon eine extra Seite gemacht, von diesem Lightning Blade, von dieser Lobby-Aktion. Aber im Playstation Store und im Steam Store habe ich das nicht gefunden. Wahrscheinlich existiert das auch gar nicht. Die haben das einfach nicht drinnen. Ich verstehe das. Und genauso hier auch, wie hier, nehmen wir hier Dingsbums. Äh, äh, äh. Hier, dieses, äh, Outfit hier von Jiraiya, das existiert zwar im Microsoft Store, aber nicht im Playstation Store und auch nicht im Steam Store. Und dieses schwarz und weiße T-Shirt existiert zwar im Microsoft Store, Playstation Store, aber nicht im Steam Store. Und dieses, äh, 7. Hokage-Kostüm existiert im Microsoft Store, es existiert im Steam Store, aber nicht im Playstation Store. Und das hier wiederum, das Pre-Oder-Pack, existiert auch nur im Microsoft Store, aber nicht in den anderen beiden Stores. Also, äh, 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 das ist genauso wie, äh, wie das mit dem Top Secret Training. Die existieren hier, äh, 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 Steam Store, die existieren hier im Steam Store drin, aber nicht in den Microsoft Store und auch nicht in den Playstation Store. Und dieses Zubat, äh, dieses Zubat, zu, äh, Zabuza Monarchy, äh, Trainings, Top Secret Training, existiert nur im Microsoft Store, aber nicht im Playstation Store, und auch nicht im Steam Store. Also, wie soll man da als Shinobi Striker Spieler durchblicken, wenn es, wenn es diese Dinger nur in dem einen Store gibt, aber nicht in den anderen beiden? Also, das ist so komplett verwirrend, weil die Playstation-Seite hat mir nix ausgespuckt, äh, von diesem Top Secret Training. Man kann zwar auf der Playstation das abrufen, aber, wenn man das, äh, im Playstation Store selber danach sucht, findet man das, glaube ich, gar nicht. Weil, ich habe gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Wahrscheinlich heißt es auf dem Store anders, und es existiert doch, aber ich habe es zumindest so, wie es eigentlich heißt, habe ich es nicht gefunden. Wahrscheinlich findet man das nur unter einem anderen Namen, ich habe keine Ahnung. Und hier hast du, hier hat man noch die Übersicht zwischen beiden Spielen, zwischen der Standardversion und der Deluxe Version, mit inklusive Preis und Link. Äh, wo mit dem Game Pass ist das ein bisschen billiger und so, aber ich habe jetzt nur den Standardpreis, also wie ich es eigentlich immer kostet habe, ist jetzt drin. Nur nicht den aktuellen Preis, weil der variiert ja immer, und ich habe keine Lust, jetzt jeden Tag hier einen anderen Preis reinzuschreiben. So, das ist halt eben erstmal Shinobi Striker, Vicky, Punktesystem, in der Weltliga bin ich auch noch mit dabei, die Bilder habe ich auch schon mal hier drin, von D5, D4, D3, äh, hast du ja dann selber ja mitgekriegt, so die Punktzahl, die werde ich dann auch noch reinschreiben, von D5 bis S1, da werde ich dann die Bilder auch noch reinpacken, dann kann man immer nachgucken, wie, ich bin jetzt, ich bin jetzt D3, wie viele Punkte brauche ich, um D3 zu werden, dann gucke ich nach, okay, da steht es so, ja, Weltkonfrontation, da habe ich die, die brauche ich, die Bilder auch noch, aber ich glaube, dafür kann ich die Bilder auch verwenden, die gleichen, Rot-Weiß-Kampf, kommt auch noch, ja, VR, VR, VR Meister freischalten, das ist eine Frage, die dir dann das Wiki dann später beantwortet, wenn es dann fertig ist, hehehehe, vor alle VR Meister freischalten, also die Standard VR Meister, die es in dem Spiel so schon gibt, die kannst du freischalten, indem du entweder Geld ausgibst, und das Top-Secret-Training machst, oder du kannst das machen, indem du jeden VR Meister hochlevelst, also einmal auswählst, dann den, und dann damit Erfahrungspunkte sammelst, und dann werden automatisch die nächsten VR Meister freigeschaltet, indem du VR Missionen machst, und die anderen VR Meister, die kriegst du freigeschaltet, wenn du die als DLC kaufst, also du musst praktisch die DLC Charakter kaufen, dann kriegst du die DLC VR Meister, und die normalen Standard VR Meister, wie zum Beispiel Sakura, und, 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 äh, Yamato, und, und, äh, und Kick, äh, Rock Lee, und, und, äh, Sasuke, Sarada, Mitsuki, Gaara, und, 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 Daidera, diese normalen Standard VR Meister, kriegst du freigeschaltet, wenn du VR Missionen machst, und wenn du die auch hochskillst, weil bei manchen VR Missionen steht, äh, Quatsch, bei manchen VR Missionen steht, als zweites VR Meister freigeschaltet, und, äh, also wenn zum Beispiel bei Sasuke, unten als zweite, also bei, wenn du jetzt zwei Sterne hast, dann steht da frei immer freigeschaltet, und damit schaltest du praktisch Hitachi frei, als Beispiel, irgendwie, jedenfalls, wenn du, du kriegst die alle freigeschaltet, wenn du die VR Missionen machst, und auch DRC Charaktere kaufst, weil ich hab, alle, alle hab ich jetzt, aber das werde ich dann auch ins Wikipedia einschreiben, dann kannst du immer hier nachgucken, die englische Version, die sieht noch unfertig aus, aber, ich werde das dann, wenn ich die deutsche Version fertig hab, weil im Moment sieht die englische Version noch so aus, das werde ich dann alles dann kopieren, dass die englische Version dann genauso aussieht, nur muss meine Freundin das dann noch, dann nur noch ins englische übersetzen, und dann ist das auch genau so weit wie die deutsche Version, deswegen brauche ich dann einfach nur, mach ich dann einfach das hier, bearbeiten, auswählen, kopieren, dann gehe ich zurück auf das englische Wiki, und zwar so, dann mache ich das so, zack, kopieren, speichern, so, und jetzt muss meine Freundin die Seite nur noch ins englische übersetzen, und fertig ist die Seite in englisch, und ich muss dann praktisch dann nur noch die ganzen Links dann auch noch mal ins englisch schreiben, z.B. bei Steuerung wäre das dann Controls, bei Klassen wäre das dann Classs, Belohnung wäre dann Revolts, als Beispiel, und dann läuft das auch. So, dann lag ich mich mal aus auf der Seite, dann gehe ich nochmal an die deutsche Version, logge mich da auch nochmal aus, und dann gehe ich jetzt erstmal los, und, was war das jetzt, war das das Bild falsch? Dieses Ding lädt einfach nicht, ne? Öffnen mit, Fotoanzeige, war das das? Ja, das war das Kampf aus Rüstung wechseln, das werde ich dann später nochmal korrigieren, ok, so, äh, wie lange braucht das Runterladen noch von dem Spiel? Weil dann würde ich gleich anfangen. Ja, nur kurz den Müll wegbringen, das war das Spiel hier XD. Ich Treat ballen jetzt mal von Rüstungsnitz nemen! Ich Knife. 遊ung in den St.lich auch sein ich bin einer, habe das Spiel. Und zwar auch, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Leute, dann danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, unterstützt mich dabei, die Wikipedia weiter auszufüllen, indem ihr auch mehr Infos zukommen lasst, was noch so fürs Wikipedia richtig ist. Zum Beispiel Fragen, FAQs, Bilder oder was noch alles so ins Wikipedia noch reinpassen kann, um es komplett auszufüllen. Schreibt es deswegen in die Kommentare, was noch so rein kann. Und ja, jedenfalls, falls einer Bock hat, mir zu helfen bei der Bearbeitung, würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr weiter nichts verpasst. Und ja, wir sehen uns dann gleich in Halo 3 ODST. Tschüss.